Peri-Roden EO 329 Scherben des Wissens von Rüdiger Schäfer Gelesen von Axel Gottschick Im Jahr 2114 Auf der Erde und den Welten der Terranischen Union leben die Menschen in Frieden und Freiheit. Gemeinsam arbeitet man am Aufbau einer positiven Zukunft. Doch alle wissen, in der fernen Galaxis M87 lauert eine feindliche Macht namens Katron, die jederzeit angreifen kann. Mit dem riesigen Sternenschiff Basis brechen Peri-Roden und eine wagemutige Besatzung dorthin auf. Nach gefahrvollen Erkundungsflügen erreichen sie Monol. Es ist die Hauptwelt der geheimnisumwitterten Konstrukteure des Zentrums und zugleich der Stammsitz von Katron. Der Kristallplanet wird zum Brennpunkt des Kampfes gegen die kosmische Bedrohung, wobei mehrere Parteien im erbitterten Widerstreit liegen. Alles kulminiert in einer gewaltigen Raumschlacht um Monol und um die Scherben des Wissens. Die Hitze war mörderisch, verdampfte jedes Wassermolekül auf der Haut und ließ nichts als Dürre und Verzweiflung zurück. Daolin Hai hatte sich ihrer Kleidung weitgehend entledigt. Ihr dichtes, weiches Fell machte ihr bei dieser Temperatur schon genug zu schaffen. Wir müssen weiter. Daolin war nicht sicher, ob sie die Worte laut ausgesprochen oder nur gedacht hatte. Sie klangen in ihr nach, halten als Echo durch ihren längst ausgedörrten Verstand und verwehten schließlich irgendwo in den unergründlichen Weiten ihres Geistes. Sie leckte sich die aufgesprungenen Lippen, doch ihre Zunge verfügte über keinerlei Feuchtigkeitsreserven mehr. Das Fell an Rücken und Brust knisterte bei jeder Bewegung und die empfindliche Stelle am Schwanzansatz hatte sich entzündet und tat weh. Daolin wusste längst nicht mehr, woher sie die Kraft nahm, nach wie vor einen Schritt vor den anderen zu setzen. Stumpf, monoton, wie ein Roboter. »Keine Sorge, Tinam«, flüsterte sie. Das Sprechen schmerzte in der Kehle, doch sie tat es trotzdem. »Wir schaffen das. Irgendwie.« Tinam schier schwieg. Sie war nicht so zäh und widerstandsfähig wie Daolin, klagte aber nicht, das tat sie selten. Lieber litt sie still, als dass sie ihrer Freundin eine Schwäche eingestand. Vor, neben und hinter ihnen türmten sich gewaltige Dünen auf. Ein böiger Wind wehte den Sand auf. Da und dort formte er sich zu schmalen Wirbeln, die dem wolkenlosen Himmel entgegenstrebten und sich in höheren Luftschichten auflösten. Die staubfeinen Körner waren überall und durchdrangen jeden Schutz, setzten sich im trockenen Fell fest und verursachten einen unerträglichen Juckreiz. Daolin hatte sich bereits an mehreren Stellen ihres Körpers blutig gekratzt. Wie lange wanderten sie schon durch diese Einöde? Und wohin gingen sie überhaupt? Fragen, die mit jedem zurückgelegten Schritt an Relevanz verloren. Ihr Raumschiff war havariert. Es würde nie mehr zu den Sternen starten, sondern nach und nach vom Sand begraben Teil der endlosen, tödlichen Weiteringsum werden. Wenn die zwei Kataninnen an der Absturzstelle geblieben wären, hätten die kargen Bordvorräte sie vielleicht noch ein oder zwei Wochen am Leben erhalten, aber dann … Also hatte Daolin Hai entschieden, dass sie sich auf den Weg machten. Eventuell fanden sie eine Oase oder erreichten die am Horizont erkennbaren Berge. Tinam hatte sich gefügt. So wie immer. Ihre Freundin mochte es, wenn man ihr sagte, was sie tun oder lassen sollte. Und sie vertraute Daolin bedingungslos. Die Katanin verachtete Unterwürfigkeit zwar. Bei Tinam indes akzeptierte sie das, weil Daolin wusste, dass es eine Form von Liebe war und weil Hingabe ihre Freundin glücklich machte. Glück konnten sie wahrhaft gebrauchen. Eine Menge Glück. Vor ein paar Stunden oder Tagen hatte sich Daolin auf den Kammer einer besonders hohen Düne gekämpft, um Ausschau zu halten. Sie wünschte, sie hätte es nicht getan. Denn alles, was sie hatte erspähen können, war Sand gewesen. Weißgelber, staubfeiner Sand. Keine Karawane, keine Oase. Nicht der geringste Schatten, nicht die kleinste Bewegung, nicht mal eine Fata Morgana. Sie waren allein. So allein, wie man auf einem wüsten Planeten nur sein konnte. Brauchst du eine Pause, Ti? fragte sie. Tinam sagte nichts. Gut, also keine Pause. Das war wohl auch besser so. Denn Daolin wusste nicht, ob sie je wieder auf die Beine gekommen wäre, wenn sie sich erst mal hingesetzt hätte. Es wurde dunkler. Und mit der Dämmerung kam die Kälte. Was der Tag an unerträglicher Hitze lieferte, würde die Nacht mit mörderischer Kälte ausgleichen. Daolin zerrte, Ti nam hinter sich her, die mit jeder Sekunde schwerer zu werden schien. Komm schon, Ti, stieß sie zwischen zwei keuchenden Atemzügen hervor. Nur noch ein bisschen, dann ruhen wir uns aus. Inzwischen versanken ihre Füße bei jedem Schritt bis zu den Knöcheln im sandigen Untergrund. Ihre Muskeln verkrampften. Schließlich war sie am Ende ihrer Kräfte angelangt. Sie ließ Tinam los und sackte zusammen. Für kurze Zeit erreichte die Lufttemperatur erträgliche, dann sogar angenehme Werte. Zwar wurde er schnell kühler, doch der Sand gab die gespeicherte Hitze des Tages ab. Die war mit zunehmender Dunkelheit allerdings alsbald erschöpft. Als Daolin zu frösteln begann, drehte sie sich zu Tinam um. Sie hatten schon viele Nächte eng aneinander gedrängt verbracht und so nicht nur der Wüstenkälte getrotzt, sondern einander auch Trost gespendet. Ihre Freundin hob sich als grauer Schatten gegen die Resthelle des Horizonts ab. Sie sah seltsam aus. Daolin nahm alles nur noch verschwommen wahr. Vor ihr blitzten immer wieder bunte Lichtpunkte auf. Sie blinzelte und sah Tinam Schier. Ihr Gesicht war eingefallen. Die Augen hatten sich in zwei schwarze Höhlen verwandelt. Dünnes Fell spannte sich über einen Totenschädel. Die Lippen bestanden nur noch aus einer Schicht vertrockneter Haut. Zähne und Zahnfleisch waren zu einem schaudhaften Grinsen entblößt. Der Körper ihrer Freundin hatte sich in eine Mumie verwandelt, die ihr scheinbar höhnisch entgegenlachte. Daolin Hai schrie und schrie und... erwachte. Der Albtraum verblasste ungewöhnlich schnell. Als Daolin Hai endgültig zu sich kam, fühlte sie sich so wohl wie schon lange nicht mehr. Doch dann, Stück für Stück, kehrten die Erinnerungen zurück und stürzten sie von dem Gipfel, auf dem sie gerade noch gestanden hatte, in ein tiefes Tal. Tinam. Der Name ihrer toten Freundin öffnete alle Schleusen. Tränen rannen in das Gesichtsfell auf ihren Wangen, machten es nass und klebrig. Sie hatte dieses Gefühl schon immer gehasst. Es war mit mangelnder Selbstbeherrschung, mit Versagen und der Wut auf sich selbst verbunden. Weinen hieß, sich gehen zu lassen, eine Niederlage einzugestehen und zu akzeptieren, dass man gescheitert war. Was hatte die Frau, die sich als Natalie bezeichnete, zu ihr gesagt? Es tut mir dann endlich leid, dass wir deine Freundin nicht mehr retten konnten. Sie hat dir viel bedeutet. Dabei hatte sie Daolin angesehen mit ihren grau-blauen, leicht rötlich schimmernden Augen, in denen man ertrinken konnte und die auf eine Art und Weise Trost spendeten, die nur schwer zu beschreiben war. Daolin High setzte sich auf. Sie lag auf einem Bett mit weißem Polster, nackt, nur von einem dünnen, ebenfalls weißen Laken bedeckt. Schmerzen hatte sie keine. Sogar die wunde Stelle an ihrem Schwanzansatz tat nicht mehr weh. Hatte sie auch ihre Begegnung mit den drei Frauen nur geträumt? Mit Natalie? Noch während der Bewegung wurde es ringsum langsam heller. Der Raum, in dem sie sich befand, war nicht besonders groß. Über die Wände krochen verschnörkelte Muster in diversen Pastellfarben, die beruhigend wirkten. Dem Bett gegenüber standen ein Tisch und zwei bequem aussehende Sessel. Ein kaum hörbares Summen ertönte. Dann erschienen auf der Tischplatte zwei Becher und eine Karaffe mit klarer Flüssigkeit. Gleichzeitig öffnete sich die Tür an der Stirnwand des Zimmers. Die Kartanin erkannte die Fremde sofort wieder. Sie war schmächtig und schien doch jeden Winkel des Raums auszufüllen. Daolins Nackenhaare stellten sich auf. Eine derart intensive Präsenz hatte sie niemals zuvor gespürt. Nathalie trug wie bei ihrer ersten Begegnung eine Art Mantel mit spitzer Kapuze, die jedoch zurückgeschlagen war. Der Anblick ihres kahlen Gesichts war eher abstoßend. Haare wuchsen nur auf der Oberseite ihres Kopfs. Aufgrund ihrer absurden Länge wirkten sie struppig und ungepflegt. Wenn ich mein Fell derart wuchern ließe, dachte Daolin, müsste ich es die Hälfte des Tages bürsten, um es vor Parasitenbefall zu bewahren. Allerdings wusste sie, dass es in Kadrona viele Spezies gab, die zwar Katanoid aussahen, ihre Körperbehaarung jedoch weitgehend verloren hatten. »Wie geht es dir?« fragte Nathalie und schloss die Tür hinter sich. »Gut, danke.« Daolin hatte schrecklichen Durst. Dennoch zwang sie sich nicht, zur Karaffe hinüberzuschauen, sondern ihre Besucherin zu fixieren. Nathalie ging langsam zum Tisch, füllte einen Becher und reichte ihn ihr. »Konnte sie etwa Gedanken lesen?« Die Katanin zögerte. Trotz ihrer jungen Jahre hatte sie schon zu viel erlebt, um einer Fremden einfach so zu vertrauen. Nathalie lächelte und schwieg. Dann goss sie auch das zweite Gefäß voll und trank einen großen Schluck. Nun konnte sich Daolin nicht mehr länger beherrschen. Sie stürzte den Inhalt ihres Bechers hinunter. Wasser. Kühles, klares Wasser. Niemals zuvor hatte sie etwas derart Köstliches getrunken. Sie hielt Nathalie den Becher fordernd entgegen, damit sie nachschenken konnte. Doch die schüttelte den Kopf. Nicht so hastig. Du warst stark dehydriert. Die Medizin vermag zwar oft Wunderdinge zu verbringen, aber dein Körper braucht Zeit, um sich vollständig zu erholen. Daolin ließ den Becher sinken. Kurzzeitig hatte sie tatsächlich vergessen, was passiert war. Ihre Gier nach Wasser, nach irgendwas Trinkbarem hatte alles andere überdeckt. Sie schämte sich dafür. »Tinam«, setzte sie an. Ihre Stimme hörte sich schrecklich rau und krächzend an. »Wir haben den Körper deiner Freundin geborgen«, sagte Nathalie. »Du kannst später gemäß den Räten deines Volkes mit ihm verfahren. »Es tut mir leid, dass wir sie nicht ebenfalls retten konnten.« Daolin senkte den Kopf, spürte, wie ihr wieder die Tränen kamen und verkrampfte die Finger um den Becher in ihrer Hand. »Reiß dich zusammen«, rückte sie sich. »Was soll das? Willst du für den Rest deines Lebens jedes Mal losheulen, wenn du Thies Namen hörst?« Nathalie behielt ihr Lächeln bei, während sie an Daolins Bett trat. Sie nahm die Hand der Katanen und sah sie ein paar Sekunden lang an. »Vielleicht weine ich nicht, aber es tut weh«, sagte sie dann. »Vielleicht sage ich nichts, aber ich fühle. Vielleicht zeige ich es nicht, aber ich leide.« Da konnte Daolin Hai nicht mehr an sich halten. Alles, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten in ihr angestaut hatte, brach auf einmal aus ihr heraus. Schluchzend schlang sie die Arme um Nathalie und klammerte sich an sie wie eine Ertrinkende an einen Rettungsring. Nathalie drückte sie an sich und streichelte sanft ihren Nacken. Später hätte Daolin nicht mehr zu sagen vermocht, wie viel Zeit vergangen war.